Geschichten, Fliegerin bemerkt etwas Seltsames bei einem komatösen älteren Mann, liegt ein Aufnahmegerät auf das Bett und ruft die Polizei. Jenny wuchs auf dem Bauernhof ihrer Großmutter auf, der später zu ihrem Eigentum wurde. Ihre Eltern, Geologen, kamen bei einem Flugzeugabsturz ums Leben, als sie nach Alaska reisten, um vielversprechende geologische Lagerstätten in dieser unwertlichen Region zu erkunden. Nach dem tragischen Unfall erhielt ihre Großmutter Annes Mr. Sorgerecht für die damals fünfjährige Jenny. Trotz ihres fortgeschrittenen Alters konnte Anne den Bauernhof alleine führen und war bei den Einheimischen sehr angesehen. Anne kannte sich auch gut mit verschiedenen Kräutern und Wurzeln aus, aus denen sie heilende Elixiere herstellte. Sie war es, die Jenny die Leidenschaft für die Medizin einflüsste, eine Wahl, die ihre Zukunft prägen sollte. Jenny zeichnete sich akademisch und beruflich aus, machte ihren Abschluss in Medizin mit Auszeichnung und spezialisierte sich auch auf therapeutische Massage und manuelle Therapie. Meine Enkelin ist so brillant, sie hat das sicherlich von mir, prallte Anne. Tatsächlich spiegelten Annes Worte die Wahrheit wieder. Jeder, der Jenny persönlich kannte, stimmte Frau Smith zu. Doch als es Zeit wurde, einen Job zu suchen, stieß Jenny auf Schwierigkeiten. Sie erkannte, dass der Bauernhof viel Arbeit erforderte und dass sie ihre Großmutter nicht unbetreut lassen konnte. Du solltest nicht meinetwegen hier bleiben. Es ist Zeit, an dein Leben zu denken, meines neigt sich dem Ende zu, sagte Frau Smith. Komm schon, Oma. Du hast noch viel Leben vor dir, antwortete Jenny liebevoll. So wurde Janes Großmutter ihre erste und einzige Patientin. Die verantwortungsbewusste Enkelin verabreichte Frau Smith-Injektionen, führte eine spezielle Massage an ihrem schmerzenden unteren Rücken durch und überwachte gewissenhaft ihren Blutdruck. Da der Bauernhof von Frau Smith weit außerhalb des Stadtzentrums lag, musste Jane oft ins Zentrum fahren, um die Medikamente ihrer Großmutter zu holen. Das junge Mädchen versuchte sicherzustellen, dass sie ein paar zusätzliche Münzen hatte, falls es ihrer Großmutter schlechter gehen sollte. Während einer dieser Fahrten traf sie William Morgan. Ironischerweise ging der junge Mann in dieselbe Apotheke wie Jean, um Medikamente für seinen Großvater zu kaufen. Es geschah, dass die beiden jungen Leute an der Kasse zusammenstießen, was dazu führte, dass Jenny ihr Geld fallen ließ. Oh, entschuldige, das war meine Schuld. Rief der junge Mann aus und begann sofort, die Münzen aufzusammeln. Jenny errötete tief und senkte verliegen die Augen. Zehn Minuten später hatten die beiden alles gekauft, was sie brauchten, und saßen auf einer Bank in der Nähe der Apotheke und lachten laut. Die jungen Leute unterhielten sich über alles Mögliche auf der Welt und schienen seit langem Freunde zu sein. Jenny hatte noch nie zuvor jemanden so interessant getroffen. William war intelligent und ziemlich gut aussehend, aber wichtiger war, dass er nicht diese arrogante Art an sich hatte, die viele junge Männer in seinem Alter haben. Er sprach nicht viel über sich selbst, schien aber wirklich ehrlich interessiert an Jean zu sein. Die junge Frau erzählte William offen, dass sie auf einem Bauernhof aufgewachsen war und von ihrer Großmutter aufgezogen wurde. Jenny erzählte immer die Wahrheit und sah nichts Beschämendes darin, aber zu ihrer eigenen Enttäuschung fand William nicht den Mut, Jenny zu erzählen, dass er in einer reichen Familie aufgewachsen war. Und er war tatsächlich ein Millionärssohn. Sein Vater, Stephen Morgan, war sechs Monate zuvor bei einem Autounfall ums Leben gekommen, und sein Großvater war kürzlich von einem Berg gefallen, während er mit seinem Team eine Berg bestieg. Glücklicherweise überlebte Thomas Morgan, lag aber seitdem im Koma. Es ist nicht sicher, warum Thomas Jean nichts davon erzählt hat. Wahrscheinlich schämte er sich für seinen Reichtum und hatte Angst, dass Jean ihn als einen dieser reichen jungen Männer sehen könnte, die das Geld ihrer Eltern herumschleudern, die nie etwas aus eigener Kraft erreicht haben. Natürlich machten ihn seine Lügen ziemlich unwohl, aber er war bereit, das auszuhalten und gab Jean einige ausweichende Antworten. Als er Jean zur Bushaltestelle begleitete, versuchte William, eine alternative Lebensgeschichte für sich selbst zu ersinnen. Er fragte, ob er sie am nächsten Tag wiedersehen könnte, zur großen Freude des jungen Mannes stimmte seine neue Freundin zu. Seitdem trafen sich die beiden regelmäßig, was Anne Smith nicht entging. Mit wem triffst du dich, Liebes? Bitte versuche nicht, mir zu erzählen, dass du jeden Tag geschäftlich in die Stadt gehst, fragte Frau Smith und schaute ihrer Enkelin in die Augen. Ja, Oma, du hast recht. Ich habe einen Mann getroffen. Er scheint perfekt zu sein, genau die Art von Person, nach der ich schon lange gesucht habe, antwortete Jean. Frau Smith zeigte sich besorgt mit einem ernsten Gesichtsausdruck, als sie das hörte. Sie fürchtete, dass Jenny dieselben Fehler machen könnte, die sie gemacht hatte. Anne diskutierte nie über ihre Vergangenheit und tat ihr Bestes, um bestimmte Details verborgen zu halten. Dennoch erinnerten sich einige der Älteren in der Stadt noch daran, wie impulsiv Anne in ihrer Jugend gewesen war. Inzwischen war sie immer wachsam über Jennys neuen Freund und riet ihrer Enkelin zur Vorsicht. Jenny sah jedoch keine Probleme in ihrer Beziehung zu William und war überzeugt, dass alles gut zwischen ihnen laufen würde. Aufgrund von Umständen, die außerhalb der Kontrolle des jungen Paares lagen, mussten sie sich vorübergehend trennen. William musste sich um Angelegenheiten des Unternehmens seines verstorbenen Vaters kümmern, das in Schwierigkeiten geraten war. William, der seine privaten Angelegenheiten für sich behielt, verriet Jenny nicht dem wahren Grund für seine vorübergehende Abwesenheit und wählte stattdessen eine andere Erklärung für seine Abwesenheit. Nach dem Tod von Stephen Morgan übernahm seine Frau Kristen die Leitung des Unternehmens. Kristen, die nicht die leibliche Mutter von William war, hatte Stephen nach dem Tod seiner ersten Frau geheiratet, die bei der Geburt von William gestorben war. Die Stiefmutter von William war immer eine unnachgiebige und strenge Frau gewesen, was zur Entlassung mehrerer Mitarbeiter führte, was das Unternehmen schädigte. Andererseits war William eine ruhige und ausgeglichene Person, was dazu führte, dass seine Untergebenen ihn ebenso bewunderten und respektierten wie seinen Vater. Daher ging William zu einer der Niederlassungen des Unternehmens, um sich um einige Probleme zu kümmern und zu versuchen, die Gewinne auf das frühere Niveau zu bringen. Währenddessen stand Jane vor einem ernsten Problem in ihrem Leben. Das wurde hauptsächlich durch die Tatsache verursacht, dass die Gesundheit von Anne sich rapide verschlechterte. Eines Tages konnte die Frau einfach nicht aus dem Bett aufstehen. Sie hatte Brustschmerzen und lag einfach stundenlang im Bett. Als Jenny einen Krankenwagen rief, stellte sich heraus, dass ihre Großmutter einen Herzinfarkt erlitten hatte, verursacht durch eine fortschreitende Herzerkrankung. Das Urteil der Herzchirurgen war verheerend. Ihre Großmutter brauchte eine Operation, und das so schnell wie möglich, sagten die Herzchirurgen. Aber Jane machte sich Sorgen über die Kosten der Operation. Sie begann in Panik zu beraten. Die junge Frau hatte nicht so viel Geld. Und selbst wenn sie beschlossen hätte, den Bauernhof zu verkaufen, würden die Gewinne nur ein Drittel des Betrags decken. Jenny erkannte, dass sie einen Job finden musste. Außerdem musste sie ihn so schnell wie möglich finden, da Annies Krankheit sich schnell verschlimmerte. Leider endeten alle Versuche von Jenny, schnell einen Job zu finden, erfolglos. Die junge Frau begann, sich hoffnungslos zu fühlen, aber dann kam die Hilfe von dort, wo sie es am wenigsten erwartet hatte. Während er immer noch versuchte, seinen finanziellen Wohlstand geheim zu halten, beschloss William, einen Weg zu finden, seiner Freundin zu helfen. Der Geschäftsmann würde die Hälfte der Rechnung für die Operation bezahlen, aber die junge Frau bestand darauf, dass sie die andere Hälfte selbst bezahlen müsste, was William umso mehr respektierte. Dann hatte der junge Mann eine interessante Idee. Obwohl Williams Großvater aus dem Krankenhaus entlassen wurde, lag er immer noch im Koma und benötigte rund um die Uhr medizinische Hilfe. Aus irgendeinem unerklärlichen Grund war es äußerst schwierig, einen Pfleger für Thomas zu finden. Entweder war die Stiefmutter von William zu anspruchsvoll mit den Kandidaten, oder sie waren mit dem Gehalt unzufrieden, aber die Tatsache war, dass niemand da war, um sich um Thomas Morgen zu kümmern. Natürlich erzählte William Jenny nicht, dass sein Großvater ein Millionär war. Zur Freude des jungen Mannes stimmte Jenny zu, die Pflegerin des Großvaters zu werden. Aber Christen Morgen war wieder einmal nicht zufrieden mit der neuen Person, die im Haus arbeitete. Wo hast du sie gefunden? Weiß sie, wie man Injektionen gibt? Sagte die Frau sarkastisch, aber ihre Meinung änderte nicht Williams Entscheidung. Der junge Mann kam nie gut mit seiner Stiefmutter aus, also kümmerte er sich nicht viel um ihre Meinung. Er glaubte wirklich, dass sie sich über Jenny irrte. William war überzeugt, dass Jenny die richtige Person für seinen Großvater war. Jenny fand ihren ersten Arbeitstag ruhig und sah keine Probleme darin, sich um den alten Mann im Koma zu kümmern. Ihre Aufgaben umfassten die Überwachung des Zustands des Patienten, den Wechsel seiner Bettwäsche und die Sicherstellung der Verhütung von Druckgeschwören. Während des Thomas Morgen im Koma lag und niemand genau sagen konnte, wann der Mann daraus erwachen würde oder ob er überhaupt daraus erwachen würde. Obwohl er ein erfahrener Bergsteiger war, gab es Gerüchte, dass er einen Fehler begangen hatte, der dazu führte, dass er aus einer Höhe von etwa 30 Metern fiel. Die Tatsache, dass er überlebt hatte, war ein echtes Wunder. Doch wie der Leiter der Untersuchung enthüllte, wurde sein Sturz durch ein Seil verursacht, das durch einen scharfen Stein durchgeschnitten zu sein schien. Die Untersuchung fand jedoch keine Beweise für kriminelle Aktivitäten. Und so wurde geschlossen, dass der Sturz von Thomas ein Unfall war. Während sie sich um den kranken Mann kümmerte, erfüllte Jenny immer alle ihre Aufgaben auf bestmögliche Weise, ohne jemals eine auszulassen. Im Gegensatz zu den meisten Pflegern fühlte sich die junge Frau nicht übel bei dem alten Mann und unterhielt sich immer mit ihm, während sie seine Bettwäsche wechselte oder seinen Blutdruck überprüfte. Jane erzählte Thomas Morgen von sich selbst, ihrer Großmutter und ihrer Kindheit auf dem Bauernhof. Es ist klar, dass niemand glaubte, dass all diese Gespräche irgendein Ergebnis bringen würden. Außer Jane William glaubte niemand mehr, dass Thomas Morgen als Person gesehen würde, in der Annahme, dass er für den Rest seiner Tage im Koma bleiben würde. Das dauerte etwa einen Monat, nachdem die Pflegerin begann, etwas Seltsames zu bemerken. Es waren hauptsächlich die kleinen Veränderungen in der Körperposition von Thomas Morgen. Aus irgendeinem unerklärlichen Grund landete die Decke, die Jane benutzte, um den alten Mann zu bedecken, ab und zu auf dem Boden, oder der Körper des alten Geschäftsmanns änderte seine Position, als würde jemand ihn absichtlich drehen, während Jane weg war. Was geht hier vor? Warum liegt die Decke auf dem Boden? Es ist nicht so, als könnte der Wind sie heruntergeweht haben, dachte Jane. Wie jede aufmerksame Pflegerin bemerkte die junge Frau alle subtilen Veränderungen, die im Körper von Thomas Morgen vorgingen. Dennoch schien der alte Mann immer noch im Koma zu liegen. Das überraschte Jane sehr, so sehr, dass sie irgendwann sogar zu denken begann, dass er möglicherweise gar nicht wirklich im Koma lag. Was, wenn er nur so tat? Aber warum sollte er das tun? Dachte Jane. Je mehr die junge Frau darüber nachdachte, desto mehr neigte sie dazu zu glauben, dass Thomas Morgen alle täuschte, einschließlich ihr. Eines Tages fasste die junge Frau Mut und nährte sich dem liegenden Mann und sagte, hier morgen, ich weiß, dass sie mich hören können. Es scheint mir, dass sie schon lange aufgewacht sind, aber aus irgendeinem Grund tun sie weiterhin so, als wären sie im Koma. Wenn sie ein Geheimnis haben oder irgendeine Art von Hilfe benötigen, bitte wissen sie, dass sie mir vertrauen können. Nachdem sie ihren Monolog beendet hatte, schaute Jane sorgfältig auf das Gesicht des Mannes und stellte mit großer Enttäuschung fest, dass er sie überhaupt nicht gehört hatte. Aber als die Frau gerade den Raum verlassen wollte, hörte sie eine leise Stimme hinter sich. Warten Sie, gehen Sie nicht. Ich muss Ihnen etwas sagen. Die Wahrheit ist, dass ich seit etwa einem Monat so tue, aber ich habe keine Wahl. Ich bin in Gefahr und meine Familie auch. Jane drehte sich um und sah den Herrn mit Überraschung an. Sie begann sogar zu zweifeln, ob der Herr seine Zurechnungsfähigkeit verloren hatte, aber Thomas Morgen war keineswegs paranoid und alles, was er Jane etwas später erzählte, schien plausibel und gleichzeitig schockierend. Natürlich war die junge Frau ein wenig beleidigt, dass William ihr gegenüber gelogen und vorgegeben hatte, arm zu sein. Aber sie hatte die wahren Gründe hinter der Lüge nicht erkannt. Die junge Frau beschloss, nicht weiter darauf einzugehen. Laut Thomas Morgen war der Unfall in den Bergen kein Unfall. Jemand hatte sein Seil durchgeschnitten und drei Monate davor war sein einziger Sohn, Steven, bei einem Autounfall ums Leben gekommen, der ziemlich lächerlich und sehr verdächtig erschien. Ich habe meine Verdächtigungen, aber ich brauche Beweise. Ich habe mein Testament schon vor langer Zeit gemacht und im Falle meines Todes würde William all meine Güter erben. Denken Sie jetzt darüber nach. Wer würde in diesem Fall am meisten verlieren? Richtig. Christen Morgen, meine Schwiegertochter. Und William ist ihr Stiefsohn, erklärte der Mann. Erst dann erkannte Jenny, in welche schreckliche Familie sie sich verwickelt hatte. Die ganze Zeit über war William fast nie zu Hause, da er verzweifelt versuchte, das Unternehmen wieder auf Kurs zu bringen, nachdem seine Stiefmutter es fast ruiniert hatte. Auf Bitten von Thomas Morgen hielt Jenny die Veränderung seines Zustands geheim, vor allen verborgen. An den Tagen, an denen nur die beiden da waren, unterhielt sich die junge Pflegerin mit dem Herrn über alles auf der Welt. Und als die Nacht kam, fuhr der Patient fort, so zu tun, als wäre er im Koma. Die meisten Familienmitglieder von Thomas waren sich sicher, dass er ein elendes Dasein bis zum Ende seiner Tage fristen würde. Eines Tages, als Jenny etwas früher im Haus der Morgens ankam, hörte sie Stimmen aus dem leicht geöffneten Zimmer des Herrn. Eine der sprechenden Personen war Christen Morgen, und die zweite war ein Mann, den Jenny nicht kannte. Sie müssen Geduld haben. Er wird bald sterben, und dann werde ich mich um meinen Stiefsohn kümmern, und wir werden endlich für immer glücklich leben, sagte die Frau. Das sagen sie schon seit langem. Der Alte ist seit drei Monaten im Koma, was erwarten sie, wandte der Mann ein. Erst dann erkannte Jenny, dass Thomas Morgen absolut recht hatte, und dass sein Leben und das seiner Familie wirklich in Gefahr waren. Als die junge Frau den Raum betrat, hörten Christen und ihr Freund sofort auf zu reden und taten so, als würden sie die Decke über die Füße des Herrn liegen. Jenny grüßte sie, als wäre nichts falsch, und begann mit ihrer Arbeit. Jetzt wusste sie, dass der ältere Geschäftsmann Tag und Nacht überwacht werden musste, aber das Erste, was Jenny tat, war, William auf seiner Geschäftsreise anzurufen und ihm zu erzählen, was sie gehört hatte. Ich denke, sie müssen die Polizei rufen, bevor die Dinge außer Kontrolle geraten, schlug Jean vor. Natürlich hatte sie recht, besonders da der Mann, der mit Christen hereinkam, sehr wahrscheinlich ihr Liebhaber war. Leider hatte die Polizei nicht genug Beweise, um den Fall zu öffnen. Schließlich, ohne Beweise, erschien Christen Morgen wie eine untrüstliche Witwe, die sich um ihren Adoptivsohn und ihren im Koma liegenden Schwiegervater kümmerte. William dachte lange darüber nach, wie er handeln könnte. Doch es war sein Großvater, der eine großartige Lösung fand. Er war schon immer ein kluger Mann. Thomas Morgen bat seinen Enkel, ein Diktiergerät zu bringen, damit er Christen das nächste Mal, wenn sie ihn mit ihrem Liebhaber besuchte, aufnehmen könnte. Sie mussten drei Tage warten, bis dies geschah, und als Christen auftauchte, enthielt die Aufnahme, die Thomas Morgen machen konnte, alle Beweise, die die Polizei benötigte. Ohne es zu wissen, sagte Christen gegen sich selbst und ihren Liebhaber aus, und es stellte sich heraus, dass das gerissene Paar den Unfall für den Sohn von Thomas inszeniert hatte und dann auch versuchte, Thomas das Leben zu nehmen. Dank der Aufnahme, die der hergemacht hatte, wurde das Paar am nächsten Tag festgenommen. Thomas Morgen konnte endlich aufhören, so zu tun, als wäre er im Koma und zu seinem normalen Leben zurückkehren. Es versteht sich von selbst, dass Christen sehr überrascht war, ihren Schwiegervater lebendig und wohlbehalten zu sehen. Thomas war Jane für ihre Beteiligung an seinem Fall und dafür, dass sie seinen Glauben an die Menschen wiederhergestellt hatte, mehr als dankbar. Gleichzeitig, da der Geschäftsmann von den Problemen der Großmutter von Jane wusste, hörte er nie auf, nach ihrer Gesundheit zu fragen. Die Frau bewahrte immer Fotos ihrer Großmutter in ihrer Handtasche auf und beschloss, sie Thomas Morgen zu zeigen. Sie zeigten die junge Annie Smith. Sie war die schlanke Schönheit, die gerade ihren Weg auf der Farm lernte. Als er eines der Fotos in die Hand nahm, schaute Thomas Morgen genauer hin, dann zuckte er zusammen und veränderte sein Gesicht. Was ist los mit ihnen? Fühlen sie sich wohl, rief William. Tränen begannen über Thomas, Gesicht zu laufen, und niemand wusste warum. Mein Gott, das ist meine Annie. Das war vor so langer Zeit, vor 45 Jahren, flüsterte der Herr, unfähig, das Weinen zu stoppen. Alles klärte sich etwas später auf, als Thomas Morgen sich beruhigte und die Geschichte seiner Vergangenheit erzählte. Tatsächlich kannten sich Thomas Morgen und Annie Smith seit ihrer Jugend und hatten sogar eine Liebesbeziehung. Aber mit Hilfe der Eltern des zukünftigen Millionärs beendeten sie die Beziehung und sahen sich nie wieder. Aber die große Entdeckung stand Thomas noch bevor. Er besuchte Annie eine Woche später, als sie ihre postoperative Behandlung beendet hatte, und als die ältere Frau den Mann sah, den sie einst geliebt hatte, konnte sie die Tränen nicht zurückhalten. In diesem Moment traten William und Jenny leise aus dem Raum. Thomas und Annie sprachen etwa anderthalb Stunden miteinander, dann riefen sie ihre Enkel ins Zimmer und sagten den jungen Leuten, dass sie tatsächlich verwandt waren. Wie sich herausstellte, war Thomas der Vater des Sohnes von Annie. Leider hatte der Herr nie von der Existenz des Sohnes gewusst. Annie hatte das Geheimnis sorgfältig bewahrt. Als sie einander ansahen, konnten Gene und William die Tränen nicht zurückhalten. Diese unerwartete Wendung des Schicksals änderte alles. Und jetzt, da sie herausfanden, dass sie verwandt waren, gab es nichts Beschämendes daran, da familiäre Bande immer besser sind als jede Art von Freundschaft. Später zogen Thomas und Annie zusammen, und ihre Enkel akzeptierten ihre neue Realität und beschlossen, niemandem die Schuld dafür zu geben. Die Gerüchte über diese unglaubliche Geschichte zirkulierten lange Zeit in der Stadt und bewiesen einmal mehr, dass das Leben sehr unvorhersehbar sein kann. Erzählt uns in den Kommentaren. Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören. Bis zu unserem nächsten Treffen. bis zum nächsten Treffen. Wir freuen uns,